halli hallo leute willkommen in unserer chill area hat ein bisschen karten am kumpel hier der einfach nur ja angespannt rum steht der muss mal runter kommen wir gucken uns auch ein paar zeitschriften an leute ihr wisst was ich meine einfach ein bisschen chillen und den tag genießen schöne musik hören und ein bisschen gitarre spielen oder andere musik machen das ist auch chillig leute das ist nicht chillig kommen auch wieder andere musik also es wäre besser wieder heile welt leute die normale musik leute sind wir doch mal chill ich habe alles kaputt gemacht gut perfekt wird chill musik hier unser schöner kalender ach leute wie schön kann das leben sein ja auch und sagt man auf einer verlassen station wo leute gekillt werden wo wir unseren kumpel den wir letztens kennengelernt haben keine teure ich habe letztens gesagt das sind keine liebesbeziehung aber leider müssen wir langsam los gucken was hier passiert ist auch wenn sie gerade echt gemütlich ist wir unsere schuhe aus haben die stinken aber auch stehen wir mal auf leute wir müssen langsam los machen so tschüssig geradehin näher los sorry warum ist was gegessen hier ein ventilator bei dieser hitze ist immer ganz gut ja dann mal los leute auch wenn sie ganz schön ist ja hier geht es natürlich nicht lang taschenlampenbatterien ah genau taschenlampe taschenlampe aufnehmen ja leute jetzt geht der ernst des lebens wieder los aber leuchten sie nicht mit dem ding rum nicht dass wir erwischt werden dann los nach unserem chillen dann komm da wir jetzt die hinterher von unserem kumpel sind ich vermisse den raum leute ich werde ihn vermissen ich behalte ein auge auf den lüftungsschacht irgendwo hier ist noch einer ich habe ihn markiert damit ich ihn nicht vergesse leute langsam wie wäre es wenn sie sich umschauen wir gehen nirgendwo hin bis sie nicht den schacht gefunden haben wieso schaust du dich nicht um also ich fand es gerade chillig und ich mag es nicht so sehr im dunkeln leute langsam wird es ungemütlich haben sie etwas gesagt machen sie das hat sich so eine panik machen es ist schon dunkel leute ich muss mich ein bisschen beeilen ja weil wir wissen nicht wie lange wir hier überhaupt noch strom haben krass leute die batterie geht ganz schön schnell leer und so wie ich mich kenne übersehe ich alles und wir haben nachher kein strom mehr ah batterien das ist gut ähm oh leute das muss doch was heißen wenn hier alles rot ist ist es der hier warten sie ich komme ja schon oh leute jetzt kommt noch der chill da geht ganz gechillt hin das war eigentlich auch mal wieso können wir das nicht machen ich habe alles unter kontrolle ja weil ich glaube der wird auch mal sterben unser kumpel ich glaube das ist noch eine frage der zeit wieso brauchen wir den typ wir könnten er auch auf den knapp ich verstehe es nicht verstehe es nicht ja was ist was ist kumpel es ist nicht ratsam sich hier zu lange aufzuhalten wir haben jetzt keine andere wahl und du gehst so langsam deswegen eigentlich von dir ab wie lange du hier bist das ist nicht unsere schuld so kommt man hier von A nach B so kommt man hier von A nach B wenn man am Leben bleiben will ja ok wahrscheinlich das Alien zu groß dass es hier rein passen würde ich bin schon ich bin ja schon leise dann geh doch mal ich dann geh doch mal ich weiß nicht 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 das ist gut das fühlt sich gut an leute da sind wir jetzt den großen umweg gegangen damit wir an den kisten vorbeikommen wo wir hätten auch einfach drüber klettern können leute kisten können heutzutage so ein großer hinterlitz sein oder koffer ja ja wer kennt das nicht leute ist ein fahrstuhl fahrstuhl aber hier waren wir nicht hier sind wir nicht gekommen äh wir müssen wir zum ok dann müssen wir wohl doch in die richtung äh boah das läuft so schrecklich ich dachte ein bisschen krauschen ja ich bin ja leise du bist ja der hier rumsteht und dich nicht krauschen nur noch immer dass wir mehr vorräte wappt nach wo immer wir das ändern können halt was ist der notfall hier war jemand alle in alarmbereitschaft bleiben haltet eure waffen bereit schießt auf jeden den ihr nicht kennt verstanden bleibt hier während ich unsere vorräte prüfe wir schaffen es das verspreche ich die sind bewaffnet gegen die können wir nicht ankommen ankommen wir müssen trotzdem hier durch die tür am ende wie versuchen wir ein ablenkungsmanöver der generator wenn der ausgeht werden sie nachsehen müssen sie sind kleiner als ich sie machen weniger lärm super ja 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 was ist hast dich ein bisschen selbst bedient was zum henker soll das denn heißen hey er war die ganze zeit bei mir uns fehlen essen munition und medikamente wenn es keiner von uns war hatten wir recht jemand war hier das ist gar nicht gut ich dachte wir wären hier unten sicher verdammt was ist mit dem schloss das joe gebastelt hat das leute ist noch fest verschlossen haugen auf haltet eure waffen bereit jemand muss dem chef bescheid sagen chef der ist ein einfacher verkäufer ja glaubst du du kannst das besser das meint ihr nicht ich sag ja nur das halt die klappe und hilf mir den rest von dem kram hier zu checken schaffst fünf minuten lang mal die schnauze zu halten da kumpel alex hat kein bock das machen ab dem müssen wir das machen weil wir ja so wesentlich kleiner sind aber wenn man sich neben dem stellt sind wir eigentlich gleich groß ich verstehe es nicht leute ich verstehe es nicht das sieht doch aus wie ein generator hat auch jemand gepennt ich glaube hier können wir aufstehen ok leute wir müssen generator abschalten um die leute abzulenken und dann denke ich es ist gut wenn wir hier reingehen damit wir nicht erwischt werden ja ich glaube das wäre eine gute idee was ist passiert leute wir haben uns gesehen ne leute ne leute ok leute ähm ich werde den generator ausmahnen das sind wir aber in der nächsten episode ich hoffe es hat euch gefallen was ist passiert aber front oh warte warte